Darf der Kandidat das Profil sehen? Natürlich. Ich habe meine Profile, die stets auch immer eine persönliche Beurteilung beinhalteten, immer von den Bewerbern auch nochmal final durchwinken lassen. Zum einen hat man da auch den einen oder anderen Fehler entdeckt oder Missverständnis aufgeklärt. Es hat aber auch einen wirklich wahnsinnig tollen Effekt auf die Beziehung zu dem Kandidaten. So wie Sie mich als Mensch sehen, finde ich das klasse, so hat mich noch kein potenzieller Arbeitgeber wahrgenommen. Stichwort Candidate Experience. Oft führt dieses Profilzeigen und dieser Vertrauensvorschuss zu der Entscheidung, Sie als Arbeitgeber auszusuchen, auch wenn der Wettbewerber vielleicht irgendwo zwei Euro mehr pro Stunde zahlt. Ich nutze das Profil auch, um den Kandidaten auf das Gespräch vorzubereiten. Anhand des Profils diskutiere ich mit ihm auch nochmal die Wechselmotivationen. Ich gehe mit ihm aber auch nochmal so eine, ich sage mal, narrative Komponente durch. Ich habe ja in meiner Beurteilung eine gewisse Geschichte auch drin stehen und der Kunde will, dass im Gespräch vor ihm das sitzt, was auch im Profil beschrieben ist. Das muss also kohärent sein, das muss authentisch sein, sonst wirkt das komisch. Und ich habe, wenn ich mit dem Kandidaten das Profil diskutiere, habe ich oft die Gelegenheit, das auch nochmal wirklich schlüssig zu machen. Und da kann ich meinen Kandidaten auch besser vorbereiten. Dem Thema Gesprächsvorbereitung kann eigentlich nicht genügend Bedeutung zukommen. Wenn ich vor Ort beim Kunden war, wenn ich die Frau King kenne, wenn ich den Kandidaten auch sagen kann, wie läuft so ein Gespräch ab. Ich war ja vielleicht schon mal bei vorherigen Gesprächen dabei. Da kann ich ihm sehr, sehr helfen. Wenn nicht, kann ich zumindest auch recherchieren. Also gerade in Deutschland ist zum Beispiel der Bundesanzeiger eine gute Informationsquelle. Da veröffentlichen die Kapitalgesellschaften ihre Jahresabschlüsse. Und auch wenn ich jetzt nicht gerade Bilanzanalyse drauf habe, der Lagebericht ist oft ein wirklich super Informationsquell. Weil die Frage, was wissen Sie über unser Unternehmen, die kommt ja in irgendeiner Form immer. Und wenn mein Kandidat dann sagen kann, ja, er wundert sich über die Bilanzverkürzung vom letzten Jahr oder er findet die Asien-Strategie super toll, dann hat man gleich einen ganz anderen Eindruck hinterlassen, als wenn es um das geht, was irgendwo in zwei Sekunden auf der Internetseite ersichtlich ist. Letztendlich würde ich meinen Kandidaten auch immer einfach Mut machen für so ein Gespräch. Oft sind es die Bewerber, die vielleicht häufiger ihren Job gewechselt haben, in so einer defensiven Lage, wo sie jeden einzelnen Wechsel erklären, da war der Chef böse, hier habe ich mein Gehalt nicht gekommen. Und das führt wirklich zu einer Katastrophe. Ich finde es besser, wenn man den Kandidaten auch in dem Profil, auch da wieder unterstützen, das Profil nutzen, klar macht, sie sollen wirklich eingangs sagen, ich habe viele Wechsel und ich bin jemand, der einfach auch offen ist. Ich habe durch diese Wechsel viel gelernt und ich bin immer an neuen Themen interessiert und möchte meinen Horizont erweitern. Das kommt auch nochmal anders an. Und letztendlich kann man sich ja auch sagen, dass der Kunde diesen Kandidaten nie eingeladen hätte, wenn er sich an den Wechseln stören würde.